Ich bin trotz fortgeschrittenem Alter ein digitaler Typ. Meine Bankgeschäfte mache ich eigentlich alle digital. Es geht zu jeder Tag- und Nachtzeit, ist schneller und günstiger. Wenn ich aber ein Problem habe, bin ich froh, habe ich einen guten Kontakt zu meinen Filialen, der mir helfen kann, diese Probleme zu lösen. Was ich gut finde bei der AKB ist, dass sie ihr Filialnetz nicht ausdünnen, vor allem für Leute, die noch etwas älter sind wie ich, die gerne ihre Geschäfte auf den Filialen machen und vielleicht das nicht unbedingt elektronisch können oder wollen. Ich bin ein kreativer Kunden und mein Berater hat es nicht immer leicht mit mir. Ein persönlicher Kontakt ist für mich wichtig. Das war zum Beispiel, als ich zwei Firmen gegründet habe mit der AKB zusammen oder auch bei der Vorsorgeplanung. Das kann man nicht elektronisch machen. Ja, natürlich nimmt die AKB als nachhaltige Bank wahr. Nachhaltigkeit bedeutet für mich Handeln mit Vernunft oder auch umweltgerecht, aber nicht nur grün. Ich schätze, dass die AKB sämtliche Belänge im privaten und geschäftlichen Bereich abdecken kann. Bleibt, wie ihr seid, dann ist gut.